Das müsst ihr wissen. Nein, eigentlich nicht. Klingt nach einer Ausrede. Nichts Böses, nichts Schlechtes. Also nein, nicht wirklich. Ich will ja nichts überstürzen. Es könnte immerhin sein, dass wir gar nicht überleben, was jetzt auf uns zukommt. Genug. Ich will darüber nicht länger sprechen. Gehen wir. Hey, Alistar. Beschäftigt euch etwas? Nein. Natürlich. Okay, okay. Ähm... Warum habt ihr euer Geburtsrecht geheim gehalten? Hm, die Frage ist schwierig, aber wir fragen mal. Weil ihr nie gefragt habt. Eine billige Antwort. Wollt ihr mich noch mehr verärgern? Habt ihr mir nicht vertraut? Ich dachte, wir wären befreundet. Dann antwortet nicht. Nehmen wir mal Option Nummer drei. Wir sind befreundet. Ich wollte nicht... Es sollte nicht... Lasst es mich erklären. Ich bin nicht daran gewöhnt, es jemandem zu sagen, der es nicht schon weiß. Es war immer ein Geheimnis. Selbst bei den Grauen Wächtern wusste es nur Danken. Und nach der Schlacht, wenn ich es euch hätte sagen sollen... Ich weiß nicht. Da schien es irgendwie zu spät zu sein. Wie erzählt man jemandem so etwas? Es kam eben heraus, Alistar. Ihr seid der Sache aus dem Weg gegangen. Wie wäre es mit... Ich bin übrigens der Thronerbe. Ich glaube, ich kann das verstehen. Hm... Ja, wir verstehen ihn mal. Oh, komm. Ich hätte es euch sowieso sagen müssen. Es war wichtig, dass ihr es wisst. Ein Teil von mir wollte nur nicht, dass ihr es erfahrt. Warum? Was geschieht denn, wenn es jemand erfährt? Ihr wolltet, dass ich es nicht weiß? Ihr habt doch... Ihr habt es doch wohl nicht für gefährlich gehalten. Warum? Ich werde anders behandelt. Plötzlich bin ich der Bastardprinz und nicht mehr einfach Alistar. Für euch klingt das sicher dumm, aber... Ich hasse es, dass mein ganzes Leben dadurch bestimmt wird. Ich wollte das nie. Genauso wenig wie König zu werden. Schon die Vorstellung macht mir Angst. Ihr hattet vermutlich keine Wahl bei der ganzen Sache. Es klingt überhaupt nicht dumm. Ihr wollt nicht König sein? Warum nicht? Es ging ziemlich wehleilig alles da. Ja, er hatte ja keine Wahl. Das könnt ihr laut sagen. Ich hatte bei der Sache niemals eine Wahl. Seit meiner Geburt haben immer andere für mich entschieden. Ich sollte wohl dankbar dafür sein, dass Arl Eamons Thronbesteigung viel wahrscheinlicher ist als meine. Wenn es ihm gut geht. Was ich sehr hoffe. Jedenfalls tut es mir leid, dass ich es euch nicht früher gesagt habe. Es war dumm. Entschuldigung angenommen. Ja, das war es. Ziemlich dumm sogar. Nur keine Sorge, Alistar. Es ist ja nichts passiert. Jetzt spielen wir mal Mutter Teresa. Es ist irgendwie eine Erleichterung, dass ihr es jetzt wisst. Gehen wir. Und plus drei. Alistar gewinnt mehr und mehr Vertrauen in uns. Ist uns zugetan. Beschäftigt euch etwas? Aber eine Option fehlt noch. Was verändert sich nach dem Beitritt? Ihr meint, außer dass man ein grauer Wächter ist? Ihr seid schon länger ein grauer Wächter als ich. Ich meine, gibt's körperliche Veränderungen? Weicht der Frage nicht aus. Ich will es wissen. Ja, er ist deutlich länger ein grauer Wächter als ich. Hm. Wisst ihr, das habe ich Duncan auch gefragt. Und er hat gesagt, warts ab. Er hat euch nichts gesagt? Es scheint mir recht grausam zu sein. Versucht das mal bei mir. Das hat er euch gesagt? Duncan will es nicht etwa geheim halten. Aber die grauen Wächter reden einfach nicht oft darüber. Es ist wohl kein sehr angenehmes Thema. Als erstes fiel mir auf, dass mein Appetit sich steigerte. Ich stand mitten in der Nacht auf und räumte die Speisekammer leer. Ich dachte, ich müsste verhungern. Ich habe alles runtergeschlungen, als wäre es mein letztes Mal, bis mein Gesicht ganz verschmiert war. Die anderen grauen Wächter haben mich angestarrt und dann Tränen gelacht. Es war also ein Witz. Ich habe nichts dergleichen gespürt. Vielleicht war der einfach ein Schwein. Ja, ich habe noch nichts davon gespürt. Wirklich? Ich habe euch neulich beim Abendessen beobachtet. Ein Gemetzel. Ja nun, rülpst. Ähm, was? Nehmt das zurück. Das bezweifle ich doch sehr. Sehr. Hm. Ja nun. Ah ja. Die Kameradschaft zweier Männer unter freiem Himmel. Ich nehme an, ihr wart vor dem Beitritt schon genauso. Oh. Und dann kamen die Albträume. Duncan sagte, das gehöre zu unserem Gespür für die dunkle Brut. Wir nehmen teil an ihrem... Ich weiß nicht, wie man es nennt, ihrem... Wuppengeist. Und wenn wir schlafen, wird es schlimmer. Nach einer Weile kann man es verdrängen, aber am Anfang ist es hart. Während einer Verderbnis soll der Beitritt besonders schlimm sein. Wie ist es bei euch? Ich hatte einige seltsame Träume. Albträume. Ja, ich weiß, wovon ihr sprecht. Kein Grund, sich aufzuregen. Ja, wir wissen, wovon ihr sprecht. Wir haben den Drachen gesehen. Manche haben kaum Probleme damit, aber das ist selten. Andere können nie wieder richtig schlafen. Die sind eben empfindlicher. Das Ende ist aber für alle gleich. Ab einem gewissen Alter kommen die richtigen Albträume. Dann weiß ein grauer Wächter, dass seine Zeit abgelaufen ist. Wovon sprecht ihr überhaupt? Seine Zeit ist abgelaufen? Schlechte Neuigkeiten? Raus damit! Seine Zeit ist abgelaufen? Das heißt so viel wie sterben, Fredsulon. Ach, stimmt ja. Wir hatten nie genug Zeit, um euch den Teil zu erzählen, richtig? Nun, neben den vielen wunderbaren Vorteilen, die man als grauer Wächter hat, müsst ihr euch auch keine Sorgen über das Alter machen. Ihr habt noch 30 Jahre zu leben, mehr oder weniger. Die Verderbtheit ist ein Todesurteil. Am Ende kann euer Körper die Belastung nicht mehr ertragen. Die meisten grauen Wächter gehen dann nach Orsamare und sterben im Kampf, statt auf den Tod zu warten. So lautet die Tradition. Wie erfreulich! Warum Orsamare? Ich werde also sterben. Wie erfreulich! Ihr wolltet doch wissen, warum wir neuen Rekruten nichts über den Beitritt erzählen. Jetzt wisst ihr es. Der Preis dafür scheint mir sehr hoch zu sein. Das wollte ich nie wissen, ich verstehe. Ich fühle mich hintergangen, das ist nicht richtig. Hm, der Preis ist hoch. Das ist er auch. Aber wir sind die einzigen, die die Verderbnis aufhalten können. Kann der Preis dafür überhaupt zu hoch sein? Wisst ihr, Duncan hat seit kurzem solche Albträume. Er hat es mir gesagt, im Vertrauen. Er wird in absehbarer Zeit selbst nach Orsamare gehen müssen. Letztlich wollte er es zwar so, aber ich hätte ihm doch gewünscht, dass es seiner würdiger wäre. Er ist tot, wenn das alles ist, worauf wir uns freuen können. Er hat bekommen, was er verdient hat. Er gerät nicht in Vergessenheit, Alistar, und die anderen auch nicht. Moralapostel, Volume 2. Gott, das war ein elendig langes Gespräch. Geh und stirb, Alistar. Ähm, okay. Inventar. Haben wir sie bekommen? Nein, wir haben sie noch nicht bekommen. Warum nicht? Warum nicht? Okay, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Guckt. Okay, wir sprechen mal kurz zu den Spielstand. Boah, war das ein langes Gespräch. Alistar, Alistar, Alistar. Okay, Stan. Ja? Hm, lasst uns gehen. Wie ihr wünscht. Gut, es wird Zeit, dass wir ihm auch mal die nächste Vertrauensbasis erreichen. Deshalb würde ich sagen, wir machen ihm einfach mal ein paar Geschenke. Oder vielmehr die zwei, die wir noch haben. Die Landkarte des Reichs. Ich danke euch. Und ein Bier. Ich danke euch. Und er ist immer noch neutral. Es dauert wohl noch. Bis er wieder voll auf unserer Seite ist. Wir gehen mal zum Oregon. Mit der haben wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesprochen. Oregon, was geht? Was wollt ihr von mir? Nix. Na gut, das war es auch schon mit dem Gespräch. Sehr, sehr gutes Gespräch. Und da vorne steht Levi Dryden. Ich bin mir nicht sicher. Sollen wir erst zum Zirkel der Magie? Oder sollen wir... Ne, wir gehen erst zum Zirkel der Magie. Das ist die definitiv bessere Option. Obwohl, das dauert dann so lange. Und? Hast du was? Oh. Streicheln wir sie. Oh. Ja, wir sind ein guter Hundefater. Okay. Okay, wir reden einfach schon mal mit Levi Dryden. Okay.